So, also wie oben, so unten, der Orion-Gürtel und weitere Sternbilder im Stauberland. Also wir haben hier in der Gegend wirklich, sind wir auf die Spur gekommen, dass bei uns ein Sternbild Orion wirklich da ist. Genauso wie jetzt bei anderen Geschichten wie jetzt bei den Cheops-Pyramiden zum Beispiel. Erstmal, dass ihr wisst, um was es da geht, es ist dieses Orion-Sternbild. Beistens wird hier der Gürtel des Orion, wo ist das, da, genau. Also diese drei, Bote, Nitaka, Alnila und Alnitak, das sind so diese drei Sterne, die, wo man auch in anderen Ländern in Gebäuden sehen kann. Wir suchen aber, und zur Zeit sind wir auf der Suche in der Forschungsgruppe, und auch ich mache da wirklich gerade viel, wir suchen nach diesen ganzen kompletten Punkten. Wo können die denn sein? Auch hier vorne, diese Punkte. Und hier haben wir so einen kleinen Ausschnitt, also wo man diese Reihenfolge dieser Sternbilder halt schon entdeckt hat, also gerade in Xi'an, das ist in China, und Teotihuacan hat man genau die gleiche Anordnung. Und in vielen anderen auch, und deshalb auch bei uns im Staub. Jetzt nur so, den Text muss man nicht durchlesen, aber den habe ich deswegen mit reingenommen, weil es schon mehrere Leute gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und da geht es dann halt um den Himmel zu unseren Füßen. Also es gibt viele Leute, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben. Also es ist nicht von ungefähr und weit hergeholt. Auch in Göppinger, diese Bügelgräber, da wird auch vermutet, dass da der Sternenhimmel mit abgebildet ist. So, wir haben jetzt in der Forschungsgruppe einfach ein bisschen recherchiert damals und haben dieses Sternbild verortet, also dieser Gürtel des Orion ist bei uns hier direkt am Rechberg. Am Stuyfen und am Heldenberg. Ja, kann Zufall sein, aber man kann ja auch nochmal ein kleines bisschen genauer dann hingucken. Und mit der Zeit haben wir dann halt einfach geschaut, oder ich habe geschaut, wo sind denn die andere Punkte? Gibt es da vielleicht auch noch mehr? Und das wird uns bei dem Vortrag einfach präsentiert. Die bisherigen Ergebnisse von diesen Untersuchungen. Es sind ganz spannende Sachen dabei rauskommen. So, da jetzt auch nochmal. Und was bei uns bei den Kaiserbergen oder dem Stauferländchen das Besondere ist, dass wir das Sternbild Schlange an diesem Orion-Gürtel dran hängen haben. Ja, das sieht man hier. Ja, da ist der Kopf der Schlange und es zieht sich hier bis zum hohen Staufen. Der Rechberg ist genauso involviert und der Stuyfen bildet den Kopf dieser Schlange. Also haben wir die Besonderheit, dass wir noch an diesem Gürtel eine Schlange hängen haben. So, hier nochmal ein bisschen größer. Also der Heldenberg ist unten. Also an der Stelle, da passiert es ungefähr in der Höhe dieses Kreuzes am Stuyfen. Also der Stuyfen, da war ja jetzt nicht, da war keine Burg drauf oder ist keine Burg drauf. Und dieser Sternenpunkt ist ungefähr an der Stelle des Kreuzes. Und der Rechberg, diese dreieckige Pyramide. Ui, wer war denn das? Mama! Da ist gerade irgendjemand ins Bild, glaube ich. Ne, das war weg. Alles gut. Also, hier nochmal, damit man das einfach nochmal so sieht. Und dann kommen wir zu den Besonderheiten dieser Berge, die wo den Gürtel bilden. Also der Heldenberg hat Eckpunkte und die sind dreimal 640 Meter. Was das mit diesen Meteranzahlen auf sich hat. Ich weiß nicht, inwieweit viele Bescheid wissen, aber die 460 Meter sind immer so ein ganz bekanntes Maß bei uns in der Gegend. Und das ist jetzt nur gespiegelt 640, 460. Ja, aber es bildet ein originales Dreieck. Dann, beim Stuyfen, ja, haben wir dieses Thema. Er bildet den Kopf der Schlange im Sternbild Schlange und er ist ein Punkt von diesem Orion. Und wenn man mal einfach dieses Symbol der Ureusschlange, die wo die Pharaonen in Ägypten immer so am Kopf hatten. Wenn man das einmal im Stuyfen gegenüber stellt, dann kommt einem das ziemlich merkwürdig vor, muss ich sagen. Also mir ist damals sehr merkwürdig vorgekommen, wir sind ja damals erst einmal draufgekommen, hier der Ureusgarten, der ist an der Stelle. Was bedeutet denn der Urengarten? Das Urind, ja, oder, ja, und ich habe irgendwann mal diese Ureusschlange da entdeckt. Ja, und es könnte ein Landschaftsbild sein. Ja, die Liebetechnik. Ja, und dann kommen wir zum Stuyfen, schön von oben Luftbild, äh, zum Rechbauch, Entschuldigung, zum Rechbauch. Wir haben hier auch wirklich eine sehr schöne Form, ja, mit einem kleinen Hügel oben drauf. Hier an der Burg, da hat man herausgefunden, dass es mehrere Generationen waren oder mehrere Kulturen waren, die an dieser Burg auch das Fundament gebaut haben. Und dann, man kann das nachverfolgen von unten nach oben, unten sind die Alpenbestandteile von dieser Burg. Und oben hat man dann da die mittelalterliche Zeit. Und das ist halt schon immer ein sehr mächtiger Platz gewesen. Auch hier diese Marienkirche, die deutet einfach darauf hin, dass dieser Berg, äh, also ein Frauenberg ist. Kommt dann auch bei den Recherchen mit unter anderem dabei raus, dass es, äh, Freiasberg oder dann halt auch ein Venusberg ist, ja. Und die Kirchen, die haben ja damals einfach dann geguckt, dass sie solche heiligen Plätze dann auch dementsprechend unter heilig, heilig machen. So, jetzt kommen wir mal halt zu meinen Recherchen. Bad Boll wäre jetzt der Beta-Geuze, ein Stern im Sternbild Orion. Da haben wir als allererstes schon mal, also als allererstes mal Schwefel-Thermalquelle. Und diese Schwefel-Thermalquelle, die befindet sich halt genau da, wo das Bad ist. Und hier sieht man dann auch, an welchem Punkt das ist. Also wir sind, äh, mein Sohn und ich sind diesen Weg hier oben dann mal abgelaufen. Da wussten wir noch gar nicht, dass es, dass es sich um irgendwas Besonderes handeln könnte. Und ich habe damals schon gesagt, also die Strukturen und wie das, wie das, wie dieser Hang so steil abfällt, das ist dann wirklich, ähm, sehr seltsam. Ähm, das Teufelsloch ist noch daneben, ja. Ja, viele, viele heidnische heilige Plätze wurden später in andere Namen getauft. Und da gehören diese Teufel oder wie im Schwäbischen München das Höll-Tal, wo eigentlich das Tal der Hell war, ja. Das ist nicht die Göttin Hell. Und da hatten wir dann halt auch so diese Aufmerksamkeit, ja. Und dann, genau an dem Punkt, wo der Sternenpunkt von Petra Keuze ist, haben wir hier, äh, das Tempel, Temple Belvedere. Und dieser Mann, der hat dieses Teil gebaut, also da ist hier eine Pyramide, also hier geht's hoch. Und dann geht's hier nochmal hoch. Und dann kann man von da aus die Kaiserberge schön angucken. Stehen uralte Eichen da an der Stelle. Und der war Maurer und Steinhau. Also es deutet darauf hin, dass er vielleicht auch ein Freimaurer war. Also er war beim König beschäftigt, als, äh, oder ja, beim Erzog, Württembergischer Erzogshof. Der hat die, der hat ganz viele, ganz viele tolle Bauwerke in Stuttgart gebaut, zu der Zeit. Und, äh, in Göppingen hat er sogar 1805 angefangen, für Napoleon einen Triumphbogen zu bauen. Ich weiß nicht, gibt's in Göppingen einen Triumphbogen? Glaubt nicht genau. Aber er hat wohl schon mit den Planungen angefangen. Was dann ganz witzig ist, grad diese Denkmalstiftung Baden-Württemberg, wo ich dann über Umwege dann, äh, auch hier ist sein Name Gottlobbar. Ähm, jetzt guckt euch das Symbol mal an. Ja, das ist die Symone Algis. Also diese versteckte Symone haben wir überall. Und das alles in dem Zusammenhang mit diesem Tempel de Belvedere und dem Sternenpunkt, wo, wo für mich dann Betagoetze darstellt. Also es war für mich dann halt so, ja, es könnte sein, dass hier der nächste Platz für einen Sternenpunkt ist. Sieht ganz danach aus. Und wir waren ja schon dort, also die Eichen, die sind ural. Weil solche Dinge sieht man normalerweise bei uns schon fast nicht mehr. Die werden alle gefällt. Ja, mit einem gewissen Alter. So, der nächste Punkt. Das ist ein Erdenbrechtsweiler. Das kennt man auch. Da ist der Heidengraben, da oben. Also eine, ein Opidium war da oben von den Kälten. Der Punkt ist exakt, wo jetzt ein Steinbruch existiert. Ja. Und die Burg Neufen ist direkt daneben. Also das ist ein Gebiet. Ja. Burg Neufen. Ich weiß nicht, wann sie die Felsen in diese Bau gebracht haben. Ob das davor war, bevor sie die Burg hingestellt haben. Oder dann währenddessen, während sie die Burg dann aufgebaut haben. Es sieht auf jeden Fall mal so ein bisschen pyramidal aus. Der Heidengraben ist bekannt. Da wird jetzt auch gerade ganz groß gebaut. Aus der Bonsen-Ausichtsturm und alles mögliche da oben hin. Und ja, der Heidengraben ist ja nur ein Teil vom Opidium Heidengraben. Also hier sieht man die ganze Artwelle, sage ich mal. Ja, auch hier oben. Und das war damals befestigte, stadtartige Siedlung. Ja, und die wird in die Latentzeit zurückdatiert. Wobei solche Plätze sicherlich auch noch viel früher besiedelt waren. Und das ist die größte keltische Siedlung Mitteleuropas. Also das direkt bei uns hier, Koseck. Also das sind hier Luftlinien aus 50 Kilometer oder 40 Kilometer. Bei meinem Stream sagt doch, dass Hochdorf die größte keltische Siedlung war. Meinst du echt? Hochdorf-Inns. 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 Also hier, meine Recherchen haben es ergeben, dass das die größte keltische Siedlung Mitteleuropas war. Ich habe da noch so ein kleines Büchchen von so einem Popilium. Und so ungefähr hat es dann ausgesehen. Nur ist es halt hier geschlossen. Und in irgendwelchen Zweibergrabenstätten war das halt wirklich wie so eine Art Alphilze. Und da hat man dann halt mit Welle zugemacht. So, das ist der nächste Sternenpunkt. Ich kann euch leider nicht wirklich alle Sternen nennen, weil das ganz schwer ist aus dem Internet rauszurecherchieren. Das ist der Steinbruch, der wo da noch dabei ist. Und genau hier befindet sich auch der Sternenpunkt. Also exakt am ersten. Ja. So, dann haben wir Belatrix. Der ist bei Reem Haldenhütte. Also irgendwo ein bisschen im Wald versteckt bei Adelberg. Und was wir halt hier haben, eine Besonderheit ist einmal der Elisabethenberg. Hier, da ist hier oben auch so ein kleines Bergchen. Soll der Barbarossa geboren sein. Ich meine, es ist ja immer noch unbekannt, wo dieser Barbarossa dann letztendlich geboren ist. Aber der Elisabethenberg kam auch schon mal ins Spiel. Hier unten haben wir das Kloster Adelberg. Und das heißt, es ist auch wieder so ein Punkt, wo man meinen könnte, ja, da hat die Kirche vielleicht doch ein kleines bisschen was gewusst. Oder nicht umsonst diese Plätze besetzt. Ja. Hier haben wir einen umgedrehten Irminsul an Kloster Adelberg im Eingang. Das deutet auch wieder auf die alte Kultur hin. Gut, der nächste Punkt. Wo war das? Genau, der Riegel. Das ist ein ganz großer Stern in unserem Sonnensystem. Der erste ist hier. Für den habe ich ja beide gebraucht. Aber letztendlich hat sich die ganze Suche gelohnt. Weil ich habe da wirklich, glaube ich, auch eine keltische Stadt oder in der Art irgendwas gefunden. Da muss mal was gewesen sein. Dieses Ding hier deutet darauf hin, das ist eine Erhöhung. Und hat oben eine komplett gerade Fläche. Ja. Und direkt daneben haben wir hier einen langgezogenen Berg wieder. So wie wir sie ganz viele kennen. Und die Maße. Ja, genau. Und was noch ist? Genau. Reichenbach. Reichenbach taucht sehr oft auf. Auch beim Weigoldsbaum zum Beispiel. Da haben wir auch einen Reichenbach. An ganz viele Plätze. Oder beim Hohenzollern gibt es auch einen Reichenbach. Reichenbach. Nur den Bach. Aber da ist auch ein Reichenbach. Ja. Sulzbach. Meine Vermotung, Suhl. Irminsuhl. Das ist dieses kleine Becher hier. Und der ist auch 640 Meter lang. Und jetzt kommt halt eigentlich der volle Brüller und 460 Meter breit. Das ist so diese Außergewöhnlichkeit und den Platz. Ja. Dass man das gespiegelt in der Länge auch noch vorfindet. Man kann dieses Kreuz dort bilden. Ja. Und das ganze Gebilde hier ist auch ausgerichtet. Also hier ist die Ost-Rest-Achse. Das ist komplett genau auf Ost-Rest-Achse ausgerichtet. Also das ist ein künstlicher Hügel. Meiner Meinung nach. Und es ist nicht einfach so entstanden. Wo ist das? Das ist in... Oh. Wo war es? Aus Forst. Das war... Ja. Ja. Genau. Bei Forst. Reichenbach. Das geht Richtung Schwäbisch Gmünd. Da hinten rüber. Genau. Wir können jetzt auch nochmal kurz angucken. Also hier. Möcklingen. Dahinten sieht man es. Möcklingen. Da ist Schwäbisch Gmünd. Also oberhalb von Möcklingen. Genau. So. Das andere flache Teil habe ich dann auch mal durchgemessen. Möcklingen. Und da kommen wir auf Grundlänge. Also die Grundlänge hier unten. Auf 600 Meter. Und ich finde ein bisschen ähnelt es der Heunenburg. Bei Siedmaringen da unten. Und ist 140 Meter breit. Und das ist eine ganz ebene Fläche dort. Also da haben Sie ja auch jetzt ein Feld drauf gemacht. Und man sieht hier auch noch. Auch wenn es jetzt blöd klingt. Aber man sieht hier noch Spuren. Wo das ganze Gras nicht ganz so toll wächst. Und warum ist so ein Salb. Das findet man zum Beispiel, wenn man einen alten römischen Fußhof rausgräbt. Dann findet man auch solche Dinge. Und das sind ganz klare Anzeichen, dass hier mal was war. Entweder war hier mal ein Hochofen. Eisenverhütung. Irgendwas ist dort passiert. Ja. Ja. Dann haben wir den Nächsten. Und der ist super interessant. Der wird auch Thema sein im Vortrag Starge. Weil dieser Punkt bei Steinheim am Aalbuch. Der hat eine absolute Besondere. Das ist der Saib. Heißt dieser Stern. Und wenn wir jetzt das Wappen angucken. Von Steinheim am Aalbuch. Fällt uns eins auf. Wer ein bisschen in der Materie drin ist. Er erkennt in diesem Wappen Sternenfels. Und Sternenfels hat ähnlich eine Pyramide in seinem Wappen. Nur hat Sternenfels noch einen kleinen Stern oben drauf. Und wir haben hier halt jetzt mal bloß vermutet eine Esche. Ja. Das deutet auf so eine uralte Geschichte einfach hin. Und dieses Steinheimer Becken soll ja entstanden sein. Bei einem Meteoriteneinschlag. Ja. Vier Kilometer. Und das soll vor 15 Millionen Jahren gewesen sein. Da hake ich ein. Weil das kann nicht sein. Weil ich mit den Datierungen dann teilweise Probleme habe. Weil wir wollen die uns das wirklich nur 15 Millionen Jahre datieren. Und mein Gestein ist halt mal alt. Aber. Guck mal. Das ist das Steinheimer Becken. Ja. Man sieht hier. Das liegt genau im Krater. Diese Ortschaft. Steinheim am Aalbuch. Und hier in der Mitte haben wir eine leichte Erhebung. Da wird auch gesagt. Es ist vor allem der Mitteneinschlag. Und es ist der Hügel, der wo beim Einschlag übrig bleibt. Ja. Wo das macht. Ja. Aber. Wenn. Mal ganz im Ernst. Wenn das. Wenn das vier Kilometer. Was war das für ein Meteorit oder für ein Asteroid. Der wo da rein ist. Der macht in der Mitte keinen Hügel mehr. Der geht. Der geht durch. Ja. Weil das damals ein Nordlinger hieß. Da war ja ein riesen Meteorieneinschlag. Oder ein Asteroid. Und da gibt es auch keine Erhebung in der Mitte. Ja. Das Ding ist durchgefahren bis zur Ortkoste. Und hat mal kurz. Im Umkreis von 100 Kilometer. Sagen sie. Alles komplett ausgelöscht. Ja. Die Steine sind 500 Kilometer weit geflogen. Damals im Nordlinger Riesen. Und ähnlich muss es mit dem auch gewesen sein. Weil vier Kilometer tut man so schon. Eine Hausnorm. Ja. Und gerade dort finden wir ganz viele Sachen aus dem Mittelpaleolitikum. Ja. Und da waren schon Menschen da. Ja. Ja. Das ist dokumentiert. Und man hat auch Spuren von Jäger und Sammler gefunden. 15.000 Jahre alt. Hier so ein Gürtel aus einem altstadtlichen Frauengrab. Ja. Und da sagen sie dann halt. Ja. Die erste Besiedlung in der Altstadt sei in 800 bis 480 vor Christus. Und ja. Die Alemannen waren auch noch da. Was wir aber auch haben. Ja. Jetzt gehen wir erst noch vor. Genau. Da kommt noch was. Ähm. Was wir. Hier sehen wir jetzt den Hügel. Ja. Und da oben wo diese Bäume sind. Da haben wir was versteckt das so aussieht. Ja. Ähm. Es sieht für mich schon ein bisschen geschmolzen aus. Aber das ist exakt mitten oben drin in den Hügel. Ob das jetzt der Meteorit halt stehen lassen hat. So rein zufällig am Schluss. Oder. Ich kann dir das gar nicht erklären. Muss ich wirklich sagen. Also. Das ist eine sehr auffällige Struktur an dem Platz. Ja. So eine Säule. Ja. Man muss jetzt doch nochmal zurück. Genau. Weil in der Gegend vom Steinhanger Becken. Ich weiß nicht. Wer kennt das Löwenmännchen? Ja. Die Vogelherdhöhle. Ja. Die ist gerade mal 10, 20 Kilometer ums Eck. Da sind die ältesten Funde gefunden worden. Wo es also hier der Gegend zumindest gibt. Von solchen Löwenmännchen. Es ist sehr spannend. Die sind bis zu 35.000 Jahre alt. Ja. In einer Höhle. Dann hat man auch so ein Mammut gefunden. Und so eine dicke Frau. Die ist 40 Kilometer weiter weg. In Schäblingen. Und das ganz Spannende ist, dass man eigentlich davon ausgeht. Und in Ägypten sagt man gerade immer wieder. Dass die Kultur in Ägypten vor ungefähr 36.500 Jahren angefangen hat. Sind unsere Leute dann der Untergang. Weil hier nichts mehr bewohnt war nach dem Einschlag. Aber das wird noch Thema beim Stargate-Vortrag werden. Da habe ich mich mehr mit dem beschäftigt. Ich wollte es jetzt bloß mal in den Raum stellen. Weil das sind so Datierungen. Ja. 36.500 Jahre. Unsere Bunde sind 35.000 bis 40.000 Jahre. Dann kann es auch gut sein, dass wenn hier nichts mehr war. Ja. Zum Leben. Wenn die Natur war kaputt. Das sind Wurmer ja beim Abhauen versteinert. Das kann man am Rosenstein kann man das angucken in den Höhlen. Das sind Wurmer versteinert. Ja. Und das kommt alles von diesem Meteorikeneinschlag. Und da war hier nicht mehr viel übrig. Drum die Vermutung. Das war wohl ein Sternenpunkt. Und was war das für ein Einschlag? Das wissen wir auch nicht. So. Nächster Punkt. Das ist jetzt hier. Das ist. Da ist Auen. Ja. Auen. Das ist bei Beuren. Ja. Da haben wir hier auch wieder Thermalquellen. Und wir haben hier dieses Bergelein. Und man wird es nicht glauben. Wir haben die 230 Menschen. Und die 230 Meter sind die Kantenlänge von der Chios Pyramide in Ägypten. Und die 460 Meter sind zweimal 230 Meter. Ja. Auch wieder die Kantenlänge von der Chios Pyramide in Ägypten. Also irgendwas ist da sehr ähnlich in meinen Augen. Und er heißt Engelsberg. Ja. Der nächste Punkt ist bei Ebersbach an der Filz. Da habe ich auch ein Video gedreht. Ja. Da habe ich im Wald dann auch was gefunden. Hier läuft der Ebersbach. Hier runter läuft der Ebersbach. Und ja. Am Ende dieses Baches findet man diese Konstrukte. Ja. Der Bach teilt sich in ganz viele Richtungen auf. Ich bin mal ein Bächlein danach gelaufen bis fast zur Quelle. Und da finden wir dann halt solche Hügel. Das waren exakt 3 Stück in dem Wald. Und man sieht auch hier überall. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur los. Das sind Steine. Also die Teile sind Steine. Da oben das sind Steine, Steine, Steine. Also da wurde irgendwas hingebastelt. Ja. Und das ganze Tal. Das ganze Tal in Ebersbach. Also hier. Das ist auch wieder ausgerichtet. Also hier geht es nach Süden und Norden. Also hier ist, ich war damals kurz vor der Wintersonnenwende. dort. Und da ist das Licht. Komplett genau hat das ganze Tal ausgeleuchtet. Also Zufälle gibt es auf jeden Fall bei uns in Deutschland. So. Der nächste Punkt ist Althütte. Wie gesagt, ich habe jetzt diese Punkte und diese. Ich habe nicht alle gefunden bis jetzt. Also mittendrin in den Forschungen. Da haben wir komischerweise bei Schönhütte, Althütte wieder ein 460 Meter Berglein. Ja. Und die Form ähnelt im Stiefen. Ja. Wir haben hier so diesen Grundberg. Und oben ist er ein ganz kleiner Anbau dran. Hier sieht man sie. Ja. Hier sieht man sie. Ja. Ja. So. Dann der nächste Punkt. Ja. Ich habe es ein bisschen durcheinander gemacht. Aber wir gehen auch von rechts nach links. Aber ich finde es interessanter, wenn sie gleich ein bisschen. Dann bleibt man eher da. Ja. Ja. Was haben wir hier? Das ist die Limburg. Genau. Die Limburg. Hat sich auch herausgestellt bei den Untersuchungen zum Stargate-Vortrag, dass dieses Teil, also das hat jetzt 1600 Zentimeter, aber jetzt teilt es mal durch sieben. Das ist jetzt schwierig. Ich sage es einfach. Das sind 230 Meter. Also man hat jetzt einfach die 230 Meter hier mal sieben. Auch wieder an einem Punkt, wo keltisch besiedelt war, wo wir auch in Weilheim diese Sage des Drachen haben und so weiter. Ja. Also die Limburg ist eine ganz bekannte Geschichte. Wichtig. So, jetzt kommen wir nicht zu dem Punkt, da waren wir schon. Wir kommen nach Eichental. Und da war ein Forschungskollegen vom Waldgeist dort. Ja. Der Michael Metzler. Und die haben das damals aufgenommen, was da gefunden wurde. Die haben mir das Video mit Spannung angeguckt, wusste aber gar nicht um was es da geht und wo die waren. Ja. Ja. Und dann habe ich im Kommentar bei YouTube, habe ich halt geschrieben, ja, richtig schön, toll. Dann kam die Antwort zurück, ob vielleicht das in Eichtal mit dieser Römerquelle oder mit diesem Römerfriedhof oder was es da gibt, der Römerbrunnen, ob das da damit zu tun haben könnte. Und dann hat mir der Christian Metzler geantwortet, dass diese Funde, die wo sie hier gemacht haben, ja, das ganze Zeug, das ist wie ein Trümmerfeld. Also, auch im Schwarzwald findet man solche Megalinsteine wirklich oft. Das ist wie, wenn jemand mit einer Bombe reingeschlagen hätte. Das ist ein Eichtal. Genau in dem Punkt, wo ich dann nachher praktisch gebraucht habe oder gesucht habe. Das kann man sich auf YouTube dann mal angucken, wenn man möchte, als beim Allgeister. Ja. So, und dann kamen wieder so Sachen, wir machen in der Forschungsgruppe dann halt auch, ja, weißt du das, weißt du das, weißt du das. Und da gibt es ja wohl den Jakobsgürtel, der wo auf der Sirius hin deutet. Dann habe ich mal versucht, diesen Sirius zu finden. Hat jetzt mit Orion direkt nichts zu tun, aber wir kommen da bei Ballendorf raus. Hier ist ein riesiges Bundeswehrlager an einem Hügel. Und Aselfingen, bei uns der Aasrücken, das könnte auf die Asel hindeuten. Bei ganz vielen Ortschaften kommt dieses Aas, Aselfingen oder Aas, das ist oft mit drin, ja. Wo das einfach drauf hindeutet. Könnte sein, dass das da hingehört. Und nicht weit davon entfernt ist ja auch wieder diese Vogelherdhöhle mit diesem Männchen. So. Das ist jetzt bloß einmal, gerade wegen dem Löwenmännchen und dem ganzen Gebiet. Ballendorf, Baal, könnt ihr auch den Baal umdeuten. Ja. Und was ganz auch auffällig ist an dem Ganzen, dass die Linie, die wir haben von Bad Boll bis nach Ballendorf, die geht hier wieder über den Weigoldsberg. Der kommt jetzt auch noch gleich dran, weil das ist auch ein Punkt vom Sternbild. Und das passiert genau dem Weigoldsberg und geht dann runter nach Badendorf. Ja. Und Weigoldsberg ist ein sehr wichtiger Ort hier. Jedenfalls kommt jetzt nachher noch kurz. So, da sind wir bei dem Kollegen. Wir haben eine Begehung gemacht auf dem Weigoldsberg. Es ist wirklich eine ganz arg spannende Geschichte, da mal drüber zu laufen, weil ganz oben hat dieses Kerlchen. Nämlich ein Plateau. Und ich wäre, also mir müsste ein Hund in der Popo beißen, wenn da mal eine Siedlung oben drauf war. Oder irgendeine heilige Stätte. Ja. Bei Goldsberg. Bei Goldsberg. Der Mont Lassion haben wir ja auch. Ja. Da ist dann halt die Ortschaft Wix. Das könnte auch Weih sein. Oder Wissgoldingen beim Stuyfen. Das ist ja dieses, auch wieder dieses Wiss, Wix, Weih. Die Weihel. Und ich habe jetzt bloß mal gegenübergestellt. Jetzt mal der Stuyfen und der Weiholdsberg. Die haben die gleiche Form. Habe ich ja schon mal präsentiert in einem anderen Vortrag. Bloß mal ganz kurz, um zu zeigen, dass der Weiholdsberg da in nichts nachsteht im oberen Wilsthal. Ähm. Die sind exakt gleich breit wie lang. Ja. Und der Mont Lassion ist genauso exakt gleich lang und gleich breit. Der ist in Frankreich drüber. Ja. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem Stuyfen. Das Sternbildschlange bildet den Kopf von diesem Stuyfen. Ja. Wie eine Schlange. Ja. Und wir können, wir können sogar noch hier ein Pentagramm ziehen. Ja. Da unten ist Stauffeneck. Da ist der Heldenberg, der ja Teil von Orion ist. Hier haben wir den Bunkerwald Waldstetten. Da waren wir auch bei der Begehung. Das war auch sehr auffällig und sehr seltsam. Ähm. Da war ein Handrutsch irgendwann mal und da waren auch die Amerikaner oben. Also deswegen ist das der Bunkerwald. Den kann man begehen. Wir waren damals mit dem ehemaligen Bürgermeister von Waldstetten da oben. Und also dieser Handrutsch, den mal zu sehen, das ist wirklich faszinierend. Und ich bin mir auch sicher, dass da irgendwelche nordischen Gänge waren oder sowas. Ja. Hier oben haben wir an diesem Punkt das Höhltal, der Beginn des Höhltals und den Hohen Stauffen. Ja. Also das bildet dieses Penta. Und das Storben ist genau wie drin. Ja. So. Und der Weichholzberg ist ein Messpunkt. Und dieses Storben wird Kepheus. Ja. Ähm. Der Kepheus, ich lese es mal vor, war der griechischen Mythologie nach der König von Äthiopien. Gemahl der Cassiopeia und Vater der Andromeda. Seine Gattin zog den Zorn der Götter auf sich, da sie behauptete, noch schöner zu sein als die Nereiden, die Töchter des Meeres und des Neros. Die so geschmähten Nereiden wandten sich an den Meeresgott Poseidon und verlandten die Bestrafung der eitlen Cassiopeia. Poseidon sandte daraufhin ein Seeungeheuer aus, das die Küsten von Kepheus reich heimsuchte. Das Untier konnte nur besänftigt werden, indem ihm Andromeda geopfert wurde. Andromeda erwartete an einem Felsen gekettet ihr grausiges Schicksal. Wurde aber im letzten Moment durch den Helden Perseus gerettet, der sie zum Lohn zur Frau bekam. Gut, der Perseus, ich weiß nicht, ob es jetzt noch kommt, aber der Perseus war in der Abstammungslinie mit der Isis verwandt. Ja, bloß mal als kleines Ding nebenher. Ja, ich habe das Bild von diesem Weigoldsberg eigentlich das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen. Das war im Landratsamt in Göppingen. Und da habe ich mir gedacht, wow, was für ein Bild. Da sieht man genau, wie fünf Täler von diesem Weigoldsberg ausgehen. Und dann habe ich gedacht, ich meine, manchmal denke ich halt nicht ganz normal, sondern ich habe dann gedacht, ich fahre einen Punkt mal hinterher. Und dann bin ich nach 55,5 Kilometer, ein Talausgang entlang, bin ich dann zum Asberg gekommen. Der Asberg hat oben am Plateau 230 Meter. Der Asenberg, der Berg der Asen, ist der Asberg, ist der Hausberg von Ludwigsburg. Heute steht da so ein Krankenhausgefängnis drauf. Und natürlich war das für mich ein absoluter Augenöffner, weil ich habe mich kurz davor mit Bernd Krautler unterhalten gehabt über diesen Asberg. Und dann bin ich neugierig geworden und habe die anderen Täler natürlich auch abgeklappert. Das ist das Tal Richtung Wiesensteig vom Weigoldsberg aus. Da komme ich direkt an der Salwendinger Kapelle dann raus. Wieder ein Berg mit 460 Meter. Zufall. Wie bitte? Wie bitte? Genau. Und da ist eine St. Anna Kapelle. Oben drauf auf diesem besetzten Berglein nach 55,7 Kilometer. Dann bin ich das nächste Tal raus. Das war Richtung Draggenstein. Draggenstein entlang sind wir nicht nach 55 Kilometer am Mariaberg raus. Dort gibt es auch ein Kloster und eine schöne Kapelle. Und hier ist auch so ein kleiner Ursprung, wo das Kapellchen dann drauf ist. Und das war halt nach 55 Kilometern. Fand ich jetzt am Anfang ganz so interessant und hat mich schon wieder ein bisschen durcheinander gebracht. Aber die Form hat es nachher weggemacht. So, dann war mir noch auffällig, dass vom Weigoldsberg 15,1 Kilometer bis zum Stufen war. Und 7,5 dann praktisch vom Stufen zum Wohnstaufen und wieder 15 Kilometer zurück zum Weigoldsberg. Also wir haben hier da die gleiche Länge und hier die Hälfte der Länge. Was das genau bedeutet, muss ich jetzt leider passen. In die Forschung bin ich jetzt noch nicht reingegangen. Ich bin den Punkt lieber mal weitergefahren. 55 Kilometer weiter. Und da sind wir dann in Frankenhard rausgekommen. Das hat sich jetzt auch herausgestellt. Also da ist eine riesengroße keltische Aktivität gewesen so damals. und war schon immer ein sehr interessantes Gebiet auch für die damalige Zeit. Und da komme ich an einem Berglein raus, wo oben auch wieder komplett ein Blatt rot drauf ist. Also abgeschnitten. Und ja, in der Nähe haben wir einen Burgberg. Das kam dann in der Forschungsgruppe unter Katharine. Und dieser Burgberg reiht sich noch ein in bestimmte andere Strukturen. Also hier haben wir auch sowas. Und dieser Burgberg hat auch wieder 230 Meter. Also wir finden die ganze Zeit in dieser Gegend komischerweise solche Sachen. Ja. Der Punkt in Geistingen. Raus war der Endpunkt Jettingen-Scheppach. Da habe ich mir gedacht, ja was ist denn das? Da gibt es ja gar nichts. Also Jettingen-Scheppach, alleine schon dieser Ort, der war mir mehr wie unbekannt. Sind zwar auch zwei Kilometer mehr. Aber gut, auf diese Strecken muss man mal vielleicht die Kirche im Dorf lassen. Und genau, das ist hier der Punkt. Wir haben hier nämlich einen Kalvarienberg von der Kirche. Das heißt, das sind diese Dinger. Ja. Die haben wir in Füsten haben wir da auch ein. Da gehe ich ab und zu mal hin, im Urlaub. Und ja, ein Kalvarienberg war immer eine Besetzung eines heidnischen Heidentums. Eines heidnischen Platzes. Ja. Heilentums. Da haben die Kirchen dann einfach den Platz übernommen und haben dann bestimmte Sachen draufgebaut. Und auch dieser in Jettingen-Scheppach, man kann sehen, es geht wirklich ein ganz schönes Stück nach oben und endet dann immer platt hoch. Also es ist auch wie so eine Rund-Pyramide oder sowas ähnliches. So, und dann habe ich mir das Sternbild mal angeguckt. Von Sternbild Key Foyce. Da habe ich es auch nochmal geschrieben. Ur-Ur-Enkel der Isis. Und was ich dann eigentlich hatte, war noch nicht das ganze Sternbild. Sondern ich habe das so gezeichnet. Ich habe im Prinzip diese Punkte, die ich gemessen habe, einfach mal verbunden. Also ich hatte dann danach, hatte ich dieses Bild. Wo? Und dann habe ich das Sternbild gesucht. Also erst daraufhin, wo ich dieses Bild hier hatte, hatte ich dann danach den Key Foyce auf dem Schuh. Aber dann haben wir ja noch zwei Punkte gefehlt. Das ist einmal der hier oben und einmal der hier drüben. Ja, und der Weigoldsberg, das ist dieser kleine Punkt genau in der Mitte. Ganz zentral in diesem Weigoldsberg. Äh, in diesem Key Foyce Sternbild. Der eine Punkt war bei Affalter. Da habe ich ein bisschen rumgerechnet. Also der da, dieses Fragezeichen, das ist Affalter. Da habe ich ein ganz seltsames Berge gesehen oder gefunden. Das ist umgeben von Kirchen. Hier ist eine Kirche, hier ist eine Kirche, hier ist eine Burg, hier ist eine Würdesrotte und da geht sogar noch ein Kreuzweg um. Also das ist komplett umrahmt. Und wenn man das, man sieht es ein bisschen schlecht, aber wir haben hier Strukturen, das ist jetzt aus Geoportal, oder? Ne, nicht mal aus Geoportal. Da sieht man hier wirklich Strukturen in dem Berg drinnen. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ja, hier, hier, da geht überall. Ja, das sieht nach allem aus, auch nicht nach normalen Bergchen. Ja, Würdesrotte, Kreuzweg, St. Sebastian, St. Vitus. Und es gibt in Ermesacker, das ist nur eine Ortschaft weiter, Viereckschanze und Gelbengräber. Ja. Also ich gehe davon aus, dass diese Gruppe schon viel früher klar waren, aber dann später von den Gelben gesiedelt wurde, dann von den Römern gesiedelt wurde und dann auch von der Kirche danach eingenommen wurde. Man wusste, oder man denkt, also das ist ein Gedanke von mir, vor allem jetzt beim nächsten Punkt, weil da hat es mich dann wirklich damals ein bisschen verspult. Bei diesem Fragezeichen hier oben, da bin ich nämlich dann in einer Ortschaft rausgekommen, wo ich berechnet habe, und vom Asperger aus haben wir genau 75,2 Kilometer. Ja, und jetzt nochmal zurück nach Frankenhardt, ja, hier steht es auch, Gemeinschaftsschule Frankenhardt, 45,2 Kilometer. Das sind wieder solche Zufälle, ja, und ich komme jedes Mal direkt an diesen Punkten raus. Und das ist die Wahlfahrtsbasilika St. Georg, hat auch wieder was mit Matrache zu tun. Ja, und die haben wir uns dann auch mal ganz genau angeguckt, meine Frau und ich, und waren da einfach ein bisschen spazieren, haben die Innenstadt anguckt. Wir wollten noch ganz viele andere Sachen angucken, aber wir sind an diesem Teil, an dieser Kirche hängen geblieben. Ja, und Waldern ist eine uralte Ortschaft, also die schon erwähnt zu den römischen Zeiten, also von den Römern erwähnt und sogar noch vordatiert, auch vor Christus. Ja. Und, ja, bis 700 vor Christus, genau. Und auch wieder zwei Ortschaften weiter, vier Eckschanze, also organische Besicherung, zumindest nachgewiesen. Ich habe jetzt hier unten noch so ein paar kleine Bilder. Das ist jetzt, ich glaube, das Blutaltar. Also diese Kirche hat, ja, da gab es wohl ein, wie heißt das, ein Wunder, ja, dass irgendein Pfarrer damals der Kelch ausgelaufen ist. Und der Kelch, der hat, ich glaube, elf Köpfe, ja, elf sind es, elf Köpfe von Jesus auf ein Leitluch zustande gebracht. Ja, das hat die Kirche dann auch mit nach oben genommen, hat es dann auch wieder zurück geschickt und da wurde dann ganz klar, das ist Blut, also ein heiliges Blut. Und deswegen heißt es auch zum heiligen Blut, Wallfahrtskirche. Und das stellen die da auch ganz groß aus. Das Original ist natürlich in Rom geblieben, aber die haben da ganz viele Bilder davon. Hier, das habe ich mit reingenommen, weil diese Symbolik haben wir beim Rechenberger auch. Ja, oben an der Marienkirche haben wir da exakt das gleiche Symbol, ob das jetzt eine umgedrehte Pyramide ist. Ich meine, hier sind Engelsflügel und es ist ein Engelskopf, aber wie gesagt, genau wie beim Rechenberger und im Hintergrund etwas. Ja, das könnte auch sein, aber im Hintergrund sieht man auch noch etwas ganz höher. Ja. Oder, oder halt, ja genau. Baphomet. 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 zur Strecke bringt. Also ich finde, diese ganze Kirche ist sowas von sehenswert, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Kirchgänger bin, aber in dem Fall war es wirklich eine absolute, das war ein Hinkofer. Und was, ja jetzt kommt es, wir haben in der Kirche die Geschichte mit unter anderem des Käfers mit drin. Da ist ein Seeungeheuer, ja, und das könnte Poseidon sein, der wo jetzt gerade los wird, um dieses Seeungeheuer zu besiegen, für seine Holden. Ja? Nicht Poseidon. Ausweis. Ja, da braucht es noch. Ausweis, Entschuldigung. Ist so verwacht. Was auch noch anfällig ist, was? Mit den Kreuzen, die Hauber, die Kreuzen jetzt da drauf. Ja gut, die Symbolik, ich muss sagen, ich kann das jetzt nicht alles, wir stecken mittendrin in den Forschungen, das kann auch die Malteser hinkriegen, genau, weil das waren ja eher diese Malta-Schiffe und so, also die Malteser gewesen sein. Was halt auch sehr auffällig ist, ist das, dass Sternbild Käfer ist zwischen Schwan, Sternbild Schwan und dem Sternbild Drache ist. Und wir haben hier der Drache. Also an dem Platz war was, auf jeden Fall und ich bin mir auch sicher, dass er an einem Punkt an der Stelle auch hinhaut. Die Symboliker sind immer noch in der Kirche andere Symbolwerte. Das ist alles nicht, also der Stier ist glaube ich der Johannes und die ganze Pferd steht hier für so einen Heiligen bei denen. Das Sternbild Tegasus. Wie? Das Tegasus ist so in die Richtung. Müsste man dann mal gucken. Ja, genau. Die Kirche hat auch wirklich Symboliken gehabt, man hat oben in so Rundbögen, was an der Zahl sechs waren, drei da und drei da, haben die oben an der Kirche dann auch wie so eine Art Kompass gezeigt. Ein Kompass nur mit vier Himmelsrichtungen und der nächste Kompass war dann mit dem, also Nord-Süd war dann mit drei, also die Zwischen- Himmelsrichtung. Und hier sieht man auch ganz schön dieses Seeungeheuer. Es sind sogar zwei. Vielleicht ist das eine der Schwanz, der andere der Kopf. So. Jetzt noch ein bisschen ist die Theorie, die Planetengötter, der Stier, stand für den Babylonischen Stadtgott Warbuk, der Löwe für den Kriegs- und Unterweltgott Nergal, der Adler für den Windgott, Minurta und der Mensch für Nabu, den Gott der Weisheit. Das sind jetzt diese vier Symboliken mit den Schwänen und mit dem Ganzen. Und das war die Vorstellung von den Müttern der Weltenecken und von Trägern des Himmelsgewölbes. Ja, also im ersten ist das hier, im vierten ist der Löwe, im siebten der Skorpion-Mensch und im zehnten starbbild Wassermann. Ja, das kommt eher aus dem Babylonischen, das Ganze. So, noch eine Sache mit Hesekiel um diese Figuren einfach zu jetzt sieht man es oben nicht. Der Hesekiel hat ja immer auch von nicht Außerirdischen, aber der hat halt über ganz komische Dinge beschrieben und der hat auch diese vier Symboliken, das war jetzt mit dem Adler und so weiter gesehen haben, hat er auch bewertet, also im Worten eine große Wolke hat er gesehen mit flackerndem Feuer umgeben von einem hellen Schein aus dem Feuerstrahl ist wie glänzendes Gold mitten darin erschienen etwas wie vier Lebewesen und das war ihre Gestalt. Sie sahen aus wie Menschen. Jedes der Lebewesen hatte vier Gesichter und vier Flügel, auch Gesichter und Flügel hatten die vier. Deswegen haben diese Figuren, die wir gesehen haben, auch Flügel gehabt. Und ihre Gesichter sahen so aus, ein Menschengesicht blickte bei allen vier nach vorn, das Löwengesicht bei allen vier nach rechts, Stier Schadlergesicht bei allen vier nach hinten. Das könnte jetzt auch diese Bedeutung der Symbolik sein, weil ich versuche, da schon auch solche Dinge mit reinzunehmen und einfach zu sagen, hier haben wir einen Schwan und da ist der Drache und deswegen ist das alles der Käfer. Also es gibt dann schon auch andere Theorien oder Berichte und die Seekin war ja jetzt nicht unbedingt eine Unbekanntung. Was ja auch sein könnte ist, dass es die Urkuh ist, auf dem das hindeutet. Ich habe jetzt auch die ägyptische Symbolik noch mal rausgesucht. Ja, wir haben hier den Falken, Adler, ja, das soll der Mensch sein, genau, der hat eine Sonne oben drauf und eine Urebus-Schlange, das ist jetzt der Falke, dann die Hathor und der Mahes, der Röwe. Und wenn wir jetzt das Löwenmännchen wieder hinter sich bekommen, wo in der Vogelherdhöhle gefunden wurde, dann können wir nachher auch dieses Löwenmännchen sagen, wo wir halt hier einfach auch auf der Alp sind. So. Jetzt haben wir die Symbolik mit dem Falke noch mal. Also Isis, Freya könnte auch sein. das ist alles über Hummer wurde und von da gekommen ist. So. Genau. jetzt hier noch mal zur Erklärung wegen der Kuh. Das könnte ja auch sein, dass das die Hathro ist. Das war auch wie jetzt im Keltischen die Art Hungla, ganz schwerer Name. Aber das Urkuh, die kommt vor. Ja, und das deutet halt auf was jeden wirklich in die Entstehung der Welt zurückgeht. Da haben wir es jetzt noch mal in ein ägyptischer Museum. Und es ist bei den Kälten damals genau das gleiche gewesen. Ad Humpla, die Urkuh und so weiter. Ja, also, das wäre es mal gewesen von meiner Seite. Ich mache jetzt noch kurz Werbung für den Stargate-Vortrag mit dem Bernd Krautler und Michael Müller. Michael Müller ist ja da heute Abend. Und das Ganze findet am 20. vor der Stadt. Also mein Teil wird sein des Lördlinger Ries nochmal einfach zu durchleuchten und was die Folgen davon waren. Bei Bernd Krautler geht es viel um diese Megalithbauten oder Überreste der Megalithkultur hier bei uns in Bad Württemberg oder auch ganz Deutschland. Und der Michael Müller beschäftigt sich mit UFO-Thematiken. Und das wird garantiert ein sehr spannender Abend. Lade ich euch herzlich ein. Auch wieder hier in der Klemmoase. Und das Posten haben wir dahinter auch mal ein. so ich habe ein Buch geschrieben das kann man da vorne mal angucken oder auch mitnehmen das ist so eine kleine Entstehungsgeschichte von der Welt wie ich mir die Fantasie voll vorgestellt habe es geht um Riesen es geht um einen Zeitenwandler der wirklich die ganzen Zeiten wissen und wissen sie und heute praktisch durchläuft und wer möchte kann das Buch mitnehmen und vielleicht auch gespannt lesen es ist dieses Buch die Geschichte von Mahe da habe ich glaube drei Jahre dran geschreben und gezeichnet also ist alles jetzt kommt es gleich von runter ist alles von mir gemacht in dem kommt noch was genau jetzt ist das Büchliche und das wird es dann gewesen sein jawohl jetzt machen wir 20 Minuten Pause und dann geht es mit dem Reinhard Kunst weiter ja